Fangen wir an. Ich gucke mal, Christoph Hügelmeier, da ist er schon. Christoph Hügelmeier, technischer Direktor der Kulturveranstaltung des Bundes in Berlin. Ein, ich würde mal sagen, ein Aktivposten der ersten Stunde. Und jedes Mal in jeder Präsentation habe ich das Gefühl, da kommt irgendwas noch Neues dazu. Und du hast sozusagen die große Freude der ersten Runde hier und begrüße dich im Runde in der Kreise des Aktionsnetzwerks. Hallo Christoph. Ich danke dir vielmals. Vielen Dank für die Einladung. Das freut mich auf jeden Fall sehr. Eine deutlich größere Runde als beim letzten Mal. Ja, so langsam. Wir haben ja über 500 Anmeldungen und wir sind jetzt 292. Mal gucken, wie sich das über den Tag so verteilt. Und ich würde sagen, Stage is yours, weil wir stoppen ja die Zeit. Na klar, sehr gerne. Dann fange ich doch direkt an. Danke dir. Dann teile ich auch mal kurz mein Bildschirm. Ich hoffe, der ist jetzt sichtbar für alle. Ja, vielen Dank für die Einladung nochmal und auch Hallo von meiner Seite. Ich bin Christoph Flügelmeier. Ich bin technischer Direktor der Kulturveranstaltung des Bundes in Berlin und gleichzeitig auch Umweltmanagement-Beauftragter. Kulturveranstaltung des Bundes in Berlin werden wahrscheinlich nicht allzu viele Leute kennen als Dachorganisation. Wir sind ein Zusammenschluss verschiedener Kultureinrichtungen in Berlin. Das ist, unten sieht man die Bilder, das Haus der Berliner Festspiele, darunter den Martin-Gropius-Bau, das Haus der Kultur in der Welt und die internationalen Filmfestspiele in Berlin. Die alle betreue ich zum einen als technischer Direktor und auch als Umweltmanagement-Beauftragter nach EMAS. Und ich möchte jetzt in der nächsten Viertelstunde einmal ein bisschen von unserer Arbeit berichten, beziehungsweise von dem Prozess, wie wir zu einem Umweltmanagement-System gekommen sind und warum das eigentlich gut ist. Also EMAS attraktiv für die Kulturfragezeichen, ja oder nein? Beginnen möchte ich mit der Fragestellung oder ich gehe grundsätzlich davon vom Abstrakten ins Konkrete und fand deine Einleitung, Jakob, eigentlich ganz spannend, weil sich diese Zahlen, zumindest die ersten beiden in unserem, in unserer Arbeit auf jeden Fall wiederfinden, die eins und die drei. Okay, anfangen möchte ich mit der Fragestellung, was braucht es eigentlich, um erfolgreich auf diesem Weg des Nachhaltigkeitsmanagements oder der Nachhaltigkeit in der Kultur zu kommen und was braucht es eigentlich für ein erfolgreiches Umweltmanagement? Und meiner Ansicht nach braucht es dafür drei Bedingungen, die auch bei Jakob schon ein bisschen angeklungen sind. Das eine, ganz links, die beiden trauchen immer mal wieder so Felder auf. Die erste Bedingung ist, dass wir ein gemeinsames Verständnis im Unternehmen haben. Also Jakob sagte eben, top down und bottom up braucht es beides und genau das sehe ich auch so. Es braucht, um zu einer Entscheidung zu kommen, dass man Nachhaltigkeit in der Kultur angreifen möchte, braucht es nicht nur die Entscheidung der der Leitung der Kultureinrichtung, sondern es braucht auch die Mitarbeitenden dieser Unternehmung oder dieses Unternehmens, dieser Institution, um erfolgreich sein zu können. Die zweite Frage ist, was braucht es eigentlich, damit es dann wirklich losgehen kann? Und meiner Überzeugung und so war es bei uns auch, braucht es ein Initial. Das kann eine Person sein, die so mitreißend wie Jakob im Unternehmen sitzt und einfach sagt, wir müssen jetzt loslegen und das toll vermitteln kann. Bei uns war es das Festival Überlebenskunst 2012, ein Festival, bei dem sich im Haus der Kulturen der Welt damit auseinandergesetzt wurde, was heißt eigentlich nachhaltige Kultur? Und am Ende dieses Festivals stand dann die Frage im Raum, ist dieses Bemühen, was wir jetzt in dieses Festival gesteckt haben, ist das eigentlich alles oder braucht es mehr? Muss dieses Festival nicht eigentlich auch bei uns im Unternehmen nachheilen? Und das wurde unumwunden mit Ja beantwortet. Und das war das Initial für uns als KBB, da hinzugehen. Und um auf die Zahlen von Jakob zurückzukommen, war das sicherlich die Eins, die Entscheidung zu treffen, ja, das wollen wir. Und die dritte Bedingung, die gegeben sein muss, sind natürlich auch die Umstände. Jakob hat eben gesagt, woher kommt eigentlich das Geld für die Transformation? Wir hatten damals das Glück, dass es, und das gibt es auch immer noch, dass es Fördermöglichkeiten für sowas wie EMAS gibt. Und wir sind dann beim Umweltbundesamt aufgesprungen auf ein Konvoi-Verfahren und haben quasi auf Kosten des Umweltbundesamtes einer Förderung EMAS bei uns mit einem externen Partner einführen können. Zum Zweiten stellt sich bei dem Umweltmanagement so ein bisschen die Frage zwischen den Begriffen Projekt und Prozess. Das eine ist, so ein Thema wie Nachhaltigkeit als Projekt zu verstehen und zu sagen, okay, ich mache das jetzt mal und nach einem Jahr gucke ich mir an, was hat das jetzt eigentlich gebracht? Und das andere ist, sowas tatsächlich als Prozess zu implementieren. Das, was ich immer so ein bisschen erzähle, ist oder das, wo auch dann schon sich die erste Attraktivität des EMAS-Systems oder eines Umweltmanagementsystems ergibt, ist aus diesem, ich sage jetzt mal Aktionismus oder aus diesem Wunsch, aus dieser intrinsischen Motivation, etwas für die Umwelt zu tun, eine Klima-AG zu gründen, dahin zu kommen, dass diese Arbeit Teil des Alltags wird. Weil das, was ich oft mitbekomme oder das, was ich merke, auch bei, wenn ich mit anderen Institutionen spreche, die noch sehr früh in diesem Schritt sind, ist, dass so eine Klima-AG so lange gut funktioniert, solange die Kapazitäten dafür da sind. Und in dem Moment, in dem jetzt meinetwegen der Ring der Nibelungen aufgeführt wird und auf die Bühne kommen soll, ist auf einmal irgendwie das ganze Unternehmen gefordert, daran mitzuwirken. Und es gibt keinen Platz mehr für diese Umweltthematik. Und ein Vorteil, den den EMAS oder den jedes Umweltmanagementsystem bietet, ist, dass diese Arbeit an der Nachhaltigkeit zu einem Teil des Alltags wird, zu einem Teil der Arbeit, die einfach nicht hinten runterfällt, weil es dazugehört. Und deshalb habe ich hier versucht, einmal darzustellen, vom Festival Überlebenskunst zu EMAS zu kommen, das kann man als Projekt verstehen. Aber um von, aus dem Umweltmanagementsystem hin zu einer nachhaltigen Kultur zu kommen, das ist wirklich als Prozess zu verstehen. Jetzt, um mal ein bisschen konkreter zu werden, ich habe jetzt irgendwie den Begriff EMAS mindestens auch schon wahrscheinlich 42 Mal benutzt. Was ist denn das eigentlich? EMAS ist ein Umweltmanagementsystem. Ausgeschrieben heißt das Eco-Management and Audit Scheme. Das ist ein Umweltmanagementsystem, was in den 90er Jahren als Richtlinie der EU herausgegeben wurde, mit dem Ziel, die Verbesserung der Umweltbilanzen von Unternehmen herzustellen und diese auch zu kommunizieren. Es gibt dann bestimmte Kernbereiche, wie eigene Umweltaspekte sich zu erarbeiten, zu verstehen, was sind eigentlich meine rechtlichen Verpflichtungen im Bereich des Umweltmanagements, wie kommuniziere ich eigentlich sowohl nach innen als auch nach außen, die Implementierung eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses und auch zu verstehen, was sind eigentlich Chancen und Risiken von bestimmten Veränderungen, die um mich herum im Umweltbereich passieren. Dieses EMAS-System beruht im Kern auf einer ISO-Norm, die ISO 14001 und auch dieser ganzen Systematik. Also man kann auch quasi so integrierte Managementsysteme am Ende schaffen, wenn man jetzt irgendwie auch Qualitätsmanagement hat oder Arbeitsschutzmanagement, dann ist es möglich, quasi in der gleichen Systematik diese Systeme aneinander zu koppeln. EMAS setzt auf diese Systematik aber noch ein bisschen was drauf, dass sie expliziten Fokus setzen auf die Kommunikation, sowohl die der Mitarbeitenden als auch die der Öffentlichkeit, die Einhaltung der Rechtsvorschriften und dann diese ständige Verbesserung der Umweltleistung. Das ist nicht nur die reine Abbildung dessen, was haben wir, sondern das Ziel auch besser zu werden. Das Ganze funktioniert nach diesem klassischen PDCA-Zyklus, kennen wahrscheinlich auch viele schon, der Plan-Do-Check-Act-Zyklus, also zu sagen, okay, ich plane etwas, ich führe es durch, ich kontrolliere es und ergreife daraufhin Korrekturmaßnahmen, um dann in diesem Zyklus zu bleiben, um sich immer weiterzuentwickeln. Um jetzt dann nochmal einen Ticken konkreter zu werden, was heißt denn das eigentlich für uns in der KBB für die tägliche Arbeit mit EMAS? Wir haben uns vor Jahren, also die KBB ist seit 2013 EMAS zertifiziert, eine Umweltleitlinie gegeben, also einen eher prosaischen Aufhänger zu sagen, was ist eigentlich das Ziel, was wir verfolgen im Bereich der Nachhaltigkeit, eine grobe Richtschnur. Das zweite ist dann, dass wir ein Umweltteam gegründet haben, also ich hatte eben schon mal diese Klima-AGs benannt, das ist bei uns im Prinzip eine ähnliche Systematik, die aber verpflichtend ist. Es gibt einen Umweltmanagementverantwortlichen oder eine Umweltmanagementverantwortliche, das ist meine Geschäftsführerin. Ich bin als Umweltmanagementbeauftragter für die Durchführung dieses Managementsystems zuständig. Dann gibt es, dadurch, dass wir in so verschiedene Geschäftsbereiche aufgeteilt sind, von jedem Geschäftsbereich abgesandte, sage ich mal, oder Stellvertreter, die in diesen Umweltteam mitarbeiten. Es gibt dann die Sicherheitsbeauftragten, die Brandschutzbeauftragten und Datenerfasser, die in diesem Umweltteam sind, dass wir so ein Kern von, ich sage mal, so zwölf Leuten sind und dann öffnen wir diese Runde aber immer auch für alle Interessierten, sodass wir im Schnitt irgendwie knapp 50 Leute sind, die in diesem Umweltteam arbeiten. Das trifft sich viermal im Jahr und bearbeitet im Prinzip alles, was ehemals relevant ist. Vom Audit, wozu ich gleich noch komme, über dann sich Ziele zu setzen, Maßnahmen durchzuführen und das dann auch zu kontrollieren. Damit kommt man dann im Prinzip auch wieder zu dieser Zahl drei, die Jakob eben sagte, Ziele zu definieren, Maßnahmen und daraus auch Veränderungen zu generieren. Da findet sich bei uns die Zahl drei dann auch wieder. Was ich gerade schon gesagt habe, wir setzen uns in dem Umweltteam dann auch Maßnahmen und Ziele. Das geht dann vom eher abstrakten ins Konkrete, zu sagen, okay, wir wollen unsere Emissionen im Bereich unseres Fuhrparks verringern. Was heißt denn das eigentlich für uns? Okay, wie sieht der Fuhrpark aus? Was müssen wir dafür tun? Okay, wir haben so und so viele Dieselfahrzeuge und setzen uns einen Zeitplan zu sagen, bis 2025 wollen wir unseren Fuhrpark elektrifizieren und verfolgen diese Maßnahmen dann bis zur Umsetzung. Ein weiterer wichtiger Aspekt, den EMAS von uns fordert, ist die Datenerfassung. Also wir haben eben schon über Klimabilanzierung gesprochen. Das ist nochmal ein bisschen anderer Fokus, aber kommt nachher im Prinzip aufs Gleiche raus. Wir haben die Verpflichtung, bestimmte Daten, die wir, bestimmte Daten zu erfassen von Verbräuchen, die wir haben. Das geht los mit Stromverbräuchen, mit Wärme, Kälteverbräuche. Wir nehmen die Daten unseres Abfalls auf, Wasser, Flächenverbräuche und natürlich auch gewisse Ressourcen, die wir verbrauchen. Also dann auch die Kraftstoffe, die wir für unseren Fuhrpark benutzen und die Dienstreisen. Das werten wir alles aus und kommunizieren das dann nach außen. Zum einen in einer Umwelterklärung. Also wir haben die Verpflichtung, jedes Jahr unsere Daten offen zu legen und auch unseren kontinuierlichen Verbesserungsprozess darzustellen. Dafür gibt es eine sogenannte Umwelterklärung. Die veröffentlichen wir einmal im Jahr. Die wird vorher dann auch noch auditiert. Also wir haben innerhalb dieses Zertifizierungssystem ein Audit, was wir jedes Jahr in der Überwachung und alle drei Jahre in einer Neuzertifizierung bekommen. Also jemand von außen kommt und schaut sich an, ob das Umweltmanagementsystem funktioniert. Das eine ist dann die Kommunikation nach außen und das andere ist die Kommunikation nach innen. Also wie binden wir die Mitarbeitenden ein? Ich hatte eben schon gesagt, das Umweltteam ist ein großer Aspekt, wo wir zusammenarbeiten. Es gibt diverse Veranstaltungen, die wir machen. Ich erzähle immer auf der Jahreshauptversammlung ein bisschen was. Es gibt anlassbezogene E-Mails. Es gibt eine große Wiki, innerhalb der auch kollaborativ zusammengearbeitet werden kann in diesem Bereich. Ein Vorschlagswesen. Und ja, da versuchen wir einfach dann eine Kommunikation sowohl nach innen als auch nach außen hinzubekommen. Um vielleicht noch einen Moment konkreter zu werden, die Fragestellung, was setzen wir, was haben wir eigentlich alles umgesetzt und mit welchen Themen beschäftigen wir uns eigentlich innerhalb dieser Maßnahmen. Jakob hatte eben, ich habe den Begriff vergessen, egal, also ich nenne ihn jetzt mal Low-Hanging-Fruits, zu schauen, wo sind eigentlich große Hebel, die wir direkt umsetzen können. Wir haben 2013 relativ direkt angefangen oder umgesetzt, Ökostrom in allen Liegenschaften einzuführen. Das war sicherlich ein sehr großer Hebel. Wir haben angefangen, die Gebäude zu sanieren oder sind immer dabei. Das Haus der Bienenfestspiele wird jetzt im Frühjahr hoffentlich fertig nach der energetischen Gebäudesanierung, dass wir wieder einziehen können und haben da sicherlich einen großen Step nach vorne gemacht. Das Haus der Kultur in der Welt wurde vor einigen Jahren schon energetisch und immer noch auch energetisch ertüchtigt. Im Kropiusbau stehen wir gerade vor wegweisenden Entscheidungen. Genau das, was Jakob eben gesagt hat, diesen Gedanken sich zu machen, okay, ein Haus, was vermutlich Anfang der 30er Jahre dann in Betrieb gehen wird nach einer Sanierung, sich jetzt zu überlegen, was heißt das eigentlich für einen klimaneutralen oder für einen klimagerechten Betrieb von Museen? Wie muss so ein Museum aussehen? Wir haben uns Dienstreiserichtlinien gegeben, die besagen, dass innerhalb Deutschlands nicht zu fliegen ist, dass auch ins benachbarte Ausland zumindest die Zentren, die gut erreichbar sind, mit dem Zug zu erreichen sind. Wir haben dem aber, weil es nicht nur um Verbote geht, aber ja auch um Angebote, haben wir dieser Regel oder diesem Verbot ein Angebot zur Seite gestellt. Das heißt, wir haben eine Ausschreibung für ein Reisebüro gemacht, die uns nicht nur die wirtschaftlich günstigste, sondern auch die nachhaltigste Reiseroute anbietet, sodass auch unsere Mitarbeitende, die dann nicht fliegen können oder den Zug nutzen wollen, auch ein Angebot haben, eine gute Strecke sich heraussuchen zu lassen. Wir haben diverseste Leitfäden entwickelt, einen Catering-Leitfaden, bei dem wir auch verpflichtet haben, dass nur noch vegetarisches Catering angeboten werden darf. Wir haben einen Vergabeleitfaden zur nachhaltigen Beschaffung und ganz aktuell einen Leitfaden zur nachhaltigen Organisation von Veranstaltungen, den wir auch gerade innerhalb des Unternehmens schulen. Und eine Frage, der wir uns jetzt gerade nähern, ist die Frage, was kann man auch gerade in Bezug Kunstfreiheit, Nachhaltigkeit, was können wir als Verbindlichkeiten auch schon festlegen? Gibt es Materialien, die wir festschreiben können? Fragestellungen, ist MDF noch das Mittel der Wahl? Es gibt mittlerweile Alternativen, die gut funktionieren. Können wir das als Bedingungen auch für unseren Betrieb machen? Das sind wichtige Fragen. Dann haben wir oben rechts, sieht man es, Klimaneutralität 2030. Wir haben uns diesem Prozess gewidmet, gerade auch auf Basis des Klimaschutzgesetzes der Bundesregierung, dass die obersten Bundesbehörden bis 2030 klimaneutral sein sollen und führen aktuell sehr spannende und hitzige Debatten darüber, was das eigentlich heißt. Was heißt Klimaneutralität für uns? Können wir das überhaupt bis 2030 erreichen? Haben wir eigentlich die Kapazitäten dafür, das umzusetzen? Wir reden immer davon, Maßnahmen auch zu monitoren. Was bringt jede Maßnahme und wie viel Prozent haben wir denn jetzt eigentlich schon eingespart? Und da muss man sich dann einfach auch die Frage stellen und auch da stoßen wir an Grenzen. Wer kann das eigentlich leisten? Was braucht es dafür für Ressourcen, um diese Arbeit zu untermauern? Wir haben, was ich eben auch schon gesagt habe, wir sind dabei, unseren Fuhrpark zu elektrifizieren und vielleicht ein Thema, was wir noch, was so eine Schnittmenge zur Kommunikation hat, ist unser KWB-Umwelttag. Wir haben einen Tag eingeführt, wie so eine Art Wandertag, sage ich mal, dass wir uns einmal im Jahr mit Umweltthemen beschäftigen und den Mitarbeitenden die Möglichkeit geben, zu partizipieren, auch zu lernen. Wir haben zwei Jahre am World Cleanup Day teilgenommen, haben den Tiergarten aufgeräumt. Letztes Jahr waren wir in einer Glashütte und haben uns im Prinzip das duale System des Glasrecyclings angeguckt, aus verschiedenen Perspektiven. Und dieses Jahr versuchen wir gerade beim Märkischen Landbrot irgendwie einen Fuß in die Tür zu bekommen, um uns quasi auch mal dieser Lebensmittelseite nochmal zu bedienen, sowohl aus einer reinen Ressourcensicht, also aus dem Produkt, aber auch der Fragestellung des nachhaltigen Betriebs, den die durchführen. Genau, und jetzt vielleicht schlussendlich nochmal dann, um auf die Anfangsfragestellung zurückzukommen, ist EMAS eigentlich attraktiv für die Kultur oder nicht? Ich würde das klar mit Ja beantworten. EMAS wirkt auf den ersten Blick erstmal wie ein sehr starres System, wie eine sehr große Bürokratie, die es teilweise auch ist, ja, aber die uns eine wahnsinnig große Flexibilität bietet. Dieses System ist nicht für die Kultur geschrieben worden, sondern für große Unternehmen wie VW und BRSF oder so. Und dadurch rutschen wir unter ganz, ganz vielen Regelungen, die dieses System hat, unten durch und haben diese Kultur, die es uns bietet, eine wahnsinnig große Flexibilität. Genau, auf der anderen Seite gibt es weiterhin genug Förderung, um das System auch nicht ganz alleine stemmen zu müssen. Es schafft eine große Vernetzung, meines Erachtens, und dieser kontinuierliche Verbesserungsprozess, der damit einhergeht, der hilft im Unternehmen einfach ungemein. Und schlussendlich, um auch ehrlich zu sein, wie Jakob das eben schon angedeutet hat, EMAS ist kein Allheilmittel. EMAS ist auf der einen Seite sicherlich mit Bürokratie und auch mit Arbeit verbunden. Also da müssen wir uns nichts vormachen, das ist kein System, was wir einführen und was ein Selbstläufer ist. Da muss Arbeit reingesteckt werden, die aber leistbar ist, auch meines Erachtens für kleinere Organisationen. Und zum Zweiten heißt EMAS noch lange nicht, dass man klimaneutral, dass man nachhaltig ist, sondern dass man auf dem Weg ist. Also ich glaube, meines Erachtens gibt es sogar ein Atomkraftwerk, was EMAS zertifiziert ist. Will heißen, nur weil das Siegel EMAS da drauf ist, das heißt es noch lange nicht, dass es sich um einen nachhaltigen Betrieb handelt. Es zeigt nur den Willen, sich auf den Weg zu machen und besser zu werden. Genau. Damit wäre ich tatsächlich auch am Ende meiner Präsentation. Vielen Dank.